Was einen Helden ausmacht, ist nicht der Ruhm, sondern die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Willkommen an der Godolken University. Hey! Seit 1965 bilden wir nur die besten und klügsten jungen Helden aus. Ein sicherer Raum, in dem du dich entfalten kannst. Marie Moreau, du wärst die erste Studienanfängerin, die das Ranking anführt. Wohl eher die erste schwarze Frau bei den Seven. Aber du machst dich zur Zielscheibe. Ein paar von uns wollen was unternehmen, lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich bin immer noch breit von gestern Nacht. Nein, das ist perfekt. Nimm einen Schluck und sag Turbo Rush, vertreib den Kater. Ich würde es mir nicht mal auf den Schwanz kippen, wenn es Krebs hat. Es gibt sehr gefährliche und böse Menschen an dieser Uni. Das ist so abgefuckt. Ich habe seinen Schwanz explodieren lassen. Tag Team Schwanzplosion. Wow. Das erste Semester ist dieses Jahr echt brutal. Das erste Semester ist das erste Semester. 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 Untertitelung des ZDF, 2020